Wir haben auch zu Hause noch so an der Tür, am Türrahmen, haben wir immer gemessen und markiert. Irgendwann war der Türrahmen zu Ende. Und war der Türrahmen zu Ende? Nee, das ist zum Glück nicht. Es war ungefähr wie hier, so ein bisschen höhere Tür. Also es passte noch und da habe ich auch noch Luft. Aber ich weiß noch, dass mein Perso, den ich mit 16 bekommen habe, dass ich da schon 2,5 groß war. Aber so richtig den Wachstumsschub habe ich eben kurz vorher in der Pubertät gemacht oder über die Pubertät. Also ja, ich war mit 12 wahrscheinlich so 1,80, 90 vielleicht schon. Ja, genau. Also so in dem Dreh würde ich sagen. Los Angeles ist für mich auch noch in weiter Ferne als Ziel. Aber am Horizont ist das, glaube ich, eine sehr gute treibende Kraft. Und ich spüre vor allem jetzt nach Paris auch, dass dieses Ziel der Olympischen Spiele, was mich die letzten Jahre getragen hat und immer wieder motiviert hat, vielleicht ein Training mehr zu machen oder noch eine Wiederholung mehr, dass das jetzt weggefallen ist und man so ein Stück weit denkt so, oh, okay, ja und was kommt jetzt eigentlich? Häufig ist ja so dieser Gedanke, man will das, was man nicht hat. Ich erlebe das häufig auf dem Weg zu den Spielen, dass ich dann irgendwie aus dem Bus rausgucke oder aus dem, weiß nicht, auf dem Weg dahin und denke so, ach, so ein geregeltes Leben ohne Aufregung, ohne diese Nervosität und Anspannung, die man vor dem Spiel fühlt, weil die häufig auch sehr unangenehm für mich ist, bei den Olympischen Spielen speziell nochmal ganz mit Bauchschmerzen und Übelkeit, einfach vor Anspannung. Das sind so die Schattenseiten, sage ich mal, wo man sich dann gerne wünscht, man hätte vielleicht so einen Bürojob. Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer jetzt. Heute bei mir zu Gast ist Nils Ehlers. Moin, moin. Ja, moin. Du wurdest am 4. Februar 1994 in Berlin geboren. Im Jahr 2010 hast du beim TSV Spandau 1860 mit dem Hallenvolleyball begonnen und in der Saison 2015-16 auf Bundesliga-Ebene bei den Netzhoppers KW Bestensee gespielt. Seit 2013 bist du im Beachvolleyball aktiv, gehörst zu den besten Blockspielern der Welt und stehst auf Platz 1 der nationalen Rangliste. International belegst du Platz 3 der Weltrangliste. Gemeinsam mit Clemens Wickler hast du in diesem Jahr Silber bei den Olympischen Spielen in Paris geholt. Im August wurde dir außerdem Vize-Europameister. Dein Verein ist der ETV in Eimsbüttel und du lebst in Hamburg-Yenfeld. Silber bei den Olympischen Spielen in Paris. Herzlichen Glückwunsch dazu. Was ging dir im Moment der Siegerehrung durch den Kopf? Ja, ganz ehrlich, ich war sehr niedergeschlagen. Also das war noch direkt nach dem Finale auch. Wir waren sehr enttäuscht, weil wir nicht die Leistungen gebracht haben, die wir bringen wollten und waren dementsprechend sehr, sehr geknickt und niedergeschlagen. Ich weiß noch, wie wir danach das Interview auch gegeben hatten und gesagt hatten, dass wir wahrscheinlich das schlechteste Spiel der Saison bis dato im Finale abgeliefert hatten. Das war wahrscheinlich auch aufgrund der Emotionen ein bisschen zu negativ konnotiert. Aber ja, im Endeffekt auf dem Podium selbst, das war noch zu nah dran, ist man sehr, sehr enttäuscht darüber, dass man das Finale verloren hat. Und wann kam das erste Mal Freude auf? Ja, das war gar nicht so einfach, weil wir auch direkt am nächsten Tag waren nochmal zwei, drei Pressetermine und dann ging es auch schon mit der Bahn nach Holland zur Europameisterschaft. Also das nächste Event stand direkt vor der Tür und danach waren wir hier in Hamburg die Woche und dann waren noch die deutschen Meisterschaften. Also wir hatten wirklich die vollen vier Wochen Turnierstress im Anschluss und dementsprechend kam erst nach den deutschen Meisterschaften, also vor grob zwei Wochen, so der erste Moment, wo einem die ganze Last mal von den Schultern fällt, wo man realisieren kann, was man eigentlich geschafft hat, wo ich mir auch Videos noch von den Olympischen Spielen überhaupt mal angeguckt habe, von anderen Sportarten und auch gemerkt habe, wie emotional mich solche Bilder dann nochmal berühren. und in dem Moment, auch dann mit der Silbermedaille bei mir auf dem Regal stehend, realisiert man das dann immer mehr und auch da, ja, also zu dem Zeitpunkt, dann war ich auch sehr, sehr glücklich mit der Silbermedaille. Ich habe mal gehört von einem befreundeten Fußball-Bundesliga-Trainer, dass der bis zu 400 SMSen bekommt, wenn er ein Bundesligaspiel gewonnen hat, möglicherweise eher überraschend. Wie viele SMSen hast du denn bekommen nach dem zweiten Platz bei den Olympischen Spielen? Ja, wahnsinnig viele auch. Ich habe nicht mitgezählt. Ich habe auch vor den Olympischen Spielen schon nur die Favoriten, also meinen Trainer, meinen Spielpartner und ein, zwei Gruppen, die ich brauche für die Orga vor Ort, als Favoriten markiert und alle anderen Chats erstmal beiseite gepackt, weil natürlich auch vorher bei den Gruppenspielen schon, bei den ersten K.O.-Spielen, die wir dann gewonnen haben, dass wir überhaupt bis ins Halbfinale gekommen sind, so souverän, da kamen schon so, so viele Nachrichten von alten Bekannten, von, auch über Instagram von meiner Kindergärtnerin damals, von der ich seitdem nichts mehr gehört habe, die mich da wiedererkannt hat und mir dafür gratuliert hat, dass wir so erfolgreich waren. Also insofern wirklich auch sehr, sehr viele Nachrichten und auch sehr viele Glückwünsche und ja, tolle, tolle Nachrichten, die ich bekommen habe. Wie viele Kartenwünsche konntest du denn vermitteln fürs Finale? Ja, das war auch ein Thema, das war klar vor den Spielen, ich brauche jemanden, der sich um die Tickets kümmert, weil natürlich viele Leute, gerade weil Paris nicht weit weg ist von Hamburg oder auch von Deutschland, ja spontan, auch umso weiter wir gekommen sind, umso mehr Leute wollten dann spontan noch vorbeikommen und zum Glück hat das meine Verlobte komplett übernommen. Das heißt, die war auch die ganze Zeit im Austausch mit dem Verband, mit auch anderen Verbänden, um da Tickets noch kurzfristig organisieren zu können. Und ich konnte mich komplett auf den Sport fokussieren, das war sehr wichtig. Wenn du in dem Moment so enttäuscht warst, dann habt ihr ja sicherlich euch das Spiel nochmal rauf und runter angeguckt und analysiert, woran es denn nun gelegen hat, dass es nur die Selbermedaille war. Woran hat es denn gelegen? War vielleicht auch tatsächlich einfach zu aufregend alles? Ja, genau. Wir haben uns das Spiel, oder ich habe es bis jetzt noch nicht nochmal angesehen. Ich glaube auch, weil es mich emotional zu sehr runterzieht. Und genau, rein technisch, analytisch braucht man da gar nicht reingehen, weil es geht im Endeffekt darum, um diesen Spannungsverlust bei mir vor allem. Also nach dem Sieg des Halbfinals gegen den Team, gegen die Norweger, wo wir noch nie gewonnen hatten, der Spannungsverlust war für mich zu groß. Und auch dieser Druck, im Finale dann alles leisten zu wollen und es besonders gut zu machen, das ist mir im Endeffekt auf die Füße gefallen. Und da braucht man gar nicht groß technisch, taktisch gucken, was wir falsch gemacht haben, sondern es war leider wirklich ein Steuerungsthema vom Kopf. Es war ja, glaube ich, auch schon in London so bei den Olympischen Spielen. Jetzt in Paris auch wurde immer wieder über diese sensationelle Stimmung gesprochen im Beachvolleyballstadion. Auch noch so toll gelegen unterhalb des Eiffelturms. Wie sehr hast du das tatsächlich mitbekommen? Oder ist man, also es gibt ja diesen berühmten Tunnel, in dem dann Sportler sind. Hast du diese Stimmung erst mitbekommen, weil dir alle irgendwie erzählt haben, was für eine Stimmung da war? Ne, wir waren schon, wir hatten uns zwei Tage vor dem ersten Spiel auch einschreiben können auf dem Center Court und durften einmal trainieren, natürlich noch vor leeren Rängen. Aber allein da schon einmal auf diesen Court zu gehen, nach oben zu blicken, den Eiffelturm zu sehen, die Ringe auch direkt davor, die Olympischen Ringe, das hat direkt schon Gänsehaut ausgelöst. Und dann hatten wir auch unser erstes Gruppenspiel ausgerechnet gegen Frankreich. Das heißt, die Stimmung war maximal gegen uns und das ganze Stadion war gefüllt. Ich glaube, das war so ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser, da aufzulaufen, die Buhrufe natürlich gegen einen zu verarbeiten. Aber ja, im Endeffekt ist man, wenn das Spiel dann losgeht, komplett im Tunnel und ruft das ab, was man jahrzehntelang trainiert hat. Aber genau, beim Einlaufen und auch, wenn man dann gewonnen hat und dann einmal sich erlaubt, auch mal ins Publikum zu gucken, wer eigentlich wo sitzt, wo die Familie sitzt, dann spürt man das schon sehr. Wir kommen von Paris nach Hamburg und wir sind bei deinen Lieblingen. Das ist unsere Schnellfragerunde. Insofern bitte ich um zügige Beantwortung. Welcher ist dein Lieblingspark? Mein Lieblingspark ist Planten und Blom. Welches ist dein Lieblingsrestaurant? Das Café bei uns an der Ecke, das Thermoli. Welches ist dein Lieblingsmuseum? Museum zählt Miniaturwunderland. Unbedingt, ganz tolle Jungs, die beiden braunen Brüder. Welche ist deine Lieblingsstraße? Straße würde ich sagen, lange Reihe. Welches ist deine Lieblingsspezialität aus Hamburg? Das Franzbrötchen, auf jeden Fall. Unbedingt, unbedingt. Das waren jetzt zwei relativ ungesunde Antworten zum Schluss. Also Franzbrötchen, wie oft darf es ein Franzbrötchen sein? Oder ist es jetzt erst, wo du ein bisschen Pause hast? Ja, jetzt erst recht quasi, nein. Also im Endeffekt dürfen wir, also wir haben Ernährungsberater und ich habe da auch einen groben Plan, aber im Endeffekt können wir auch mal ein Franzbrötchen essen oder so. Aber klar, in der Saison oder vor allem vor den Olympischen Spielen war ich da schon sehr strikt. Genau, und jetzt in der Pause darf ich dafür auch umso mehr mal ein Franzbrötchen essen. Die lange Reihe ist bei mir eher so in Bezug auf Gourmet und Kneipenmeile irgendwie in Zusammenhang zu bringen. Auch noch ein ganz toller Kuchenladen. Was bringst du mit der langen Reihe in Verbindung? Weil das all das darfst du ja gar nicht. Ja, doch, natürlich genau das auch. Da so drüber zu schlendern. Ich finde auch die Nähe zu Alster sehr, ja, sehr schön, sehr schön gelegen. Und direkt dort ist auch die Eisdiele Lucellas. Natürlich, da haltet ihr Olympioniken zusammen? Genau, quasi. Also die Lucella gehört Markus Daibler, der hat das mitgegründet. Auch mehrfacher Olympiateilnehmer, Weltrekordler im Schwimmen und auch mehrfacher Weltmeister, glaube ich. Genau. Seid ihr euch über den Weg gelaufen schon mal? Nee, noch nicht, aber kann ja noch werden. Vielleicht in seiner Stil. Das wollen wir doch mal organisieren, auf jeden Fall. Gerne, gerne. Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Wir hüpfen mal weiter nach Berlin von Hamburg aus. Da bist du nämlich geboren 1994. Wenn man dann irgendwann, ich sag mal so mit 12, 13 erzählt bekommt, was eigentlich kurz vor der Geburt in Berlin so alles passiert ist, hat man das Gefühl, dass man einiges verpasst? Weil ich sag mal, für dich war das ja alles Normalität. Geteilte Stadt, wusstest du gar nicht, was damit gemeint war, ne? Ja, natürlich, man selbst hat das nie erlebt. Aber genau, man kriegt es natürlich mit, auch dann über Freunde im Verein oder so, die dann vielleicht fünf Jahre älter sind, die das dann vielleicht gerade noch so miterlebt haben. Aber ansonsten, ja, Geschichtsunterricht in der Schule, da kriegt man es natürlich dann auf jeden Fall mit. Genau, aber ansonsten habe ich da gerade, oder habe ich keine große Beziehung. Wie hast du denn Berlin als Teenager erlebt? Ja, also ich würde sagen, ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit. Gerade da in Spandau ist man ein bisschen außerhalb. Viele sagen ja, JWD, ganz weit draußen, da fährt man, das gehört gar nicht mehr zu Berlin, sagen viele Berliner auch. Und ja, natürlich ist Berlin eine riesige Stadt. Also ich habe es dann auch erlebt, vor allem als ich dann angefangen habe, im Sportforum in Hohenschönhausen zu trainieren oder mittrainieren zu dürfen oder dann auch in Königs Wusterhausen in der Bundesliga, das dann auch in Brandenburg liegt. Das sind schon enorme Wege. Also da ist man über eine Stunde teilweise unterwegs. Ja, aber ansonsten habe ich eine sehr, sehr schöne Kindheit dort erleben dürfen, ja. 2006 warst du zwölf. Da gab es das Sommermärchen, die Fußball-WM in Deutschland. Hast du das schon realisiert und auch als etwas wahrgenommen, was dich vielleicht sogar motiviert, an sowas Ähnlichem auch mal teilzunehmen? Ja, ich habe es auf jeden Fall wahrgenommen. Ich weiß noch, wie ich die Sticker getauscht habe und immer versucht habe, da alles in die Panini-Hefte zu kleben. Und ja, wie ich auch einmal dann auf die Fanmeile am Brandenburger Tor gegangen bin, dann auch geschminkt und alle möglichen Fahnen musste ans Auto bei meinen Eltern. Die konnten sagen, was sie wollten. Aber genau, das habe ich komplett erlebt. Und ich weiß auch noch vorher, ich glaube gegen Brasilien 2002 sind wir ausgeschieden. Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Das war, glaube ich, die WM. Da sind wir ausgeschieden. Der Schuss, den Kahn nicht festgehalten hat. Genau, da habe ich geheult und habe mich unter dem Bett versteckt, weil ich so traurig war, dass Deutschland raus war. Also insofern gibt es da schon einige Fußballerinnerungen, die auch mich geprägt haben in der Zeit. Und ja, damals konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich überhaupt irgendwann mal Leistungssportler sein werde. Wie groß warst du mit zwölf? Schon 1,90 Meter oder bis jetzt 2,10 Meter, glaube ich? Ja, genau. Jetzt bin ich zu 10. Wir haben auch zu Hause noch so am Türrahmen, haben wir immer gemessen und markiert. Irgendwann war der Türrahmen zu Ende. War der Türrahmen zu Ende? Nee, das ist zum Glück nicht. Es war ungefähr wie hier, so ein bisschen höhere Tür. Also es passte noch und da habe ich auch noch Luft. Aber ich weiß nur, dass mein Perso, den ich mit 16 bekommen habe, dass ich da schon 2,05 groß war. Aber so richtig den Wachstumsschub habe ich eben kurz vorher in der Pubertät gemacht oder über die Pubertät. Also ich war mit zwölf wahrscheinlich so 1,80, 90 vielleicht schon. Ja, genau. Also so in dem Dreh würde ich sagen. Und da gab es auch schon irgendwie eine Liebe zum Volleyball oder warst du einfach nur zu groß für Fußball? Weil wahrscheinlich ja alle auch rund um das Sommermärchen irgendwie Fußball gespielt haben bei dir, ne? Nee, ich habe Tennis gespielt vorher. Also ich habe viele Sachen ausprobiert. Mein Vater segelt gerne dementsprechend. Da musste ich auch mal ins Opti. Bin gesegelt, habe auch Fußball im Verein gespielt, war auch mal beim Judo. Aber im Endeffekt ist es dann Tennis gewesen. Und ich habe jahrelang Tennis gespielt, bis zu dem besagten Moment, wo ich diesen Wachstumsschub hatte. Und dann kam es natürlich von außen. Viele Leute sprechen einen an. Oh, du bist ja groß, spielst du Basketball oder Volleyball? Und ja, ich wohne immer noch nie, ich spiele Tennis. Aber ja, dann war der Schritt eben nicht weit, das auch mal auszuprobieren. Und dementsprechend war dann auch schnell klar, dass ich dort einen Vorteil habe, allen anderen gegenüber. Und dann habe ich eine Zeit lang beides gemacht, Basketball und Volleyball. Genau, aber am Ende habe ich mich für das entschieden, was mir viel, viel mehr Spaß macht. Und das war dann Volleyball. Nun lebst du seit ein paar Jahren in Hamburg. Wann hast du denn das erste Mal überhaupt Kontakt gehabt? Hast du schon als Jugendlicher wahrgenommen, dass da auch noch eine sehr attraktive Stadt irgendwo in Deutschland ist? Ja, wir waren einmal hier zu Besuch zu meinen Großcousinen, Großonkels. Und die haben hier auch an der Alster, da in einem Café, ich weiß gar nicht mehr, was der Anlass war. Ich glaube, es war irgendein Geburtstag auch. Und da waren wir da. Und da fand ich auch schon die Alster sehr, sehr schön und die Stadt sehr schön. Aber in dem Alter macht man sich keine Gedanken darüber, dass man mal die Stadt wechseln würde. Und ja, das erste Mal wirklich realistisch beschäftigen musste ich mich dann, als der Stützpunkt in Hamburg zentralisiert wurde. Das heißt, alle Top-Beach-Volleyballer mussten nach Hamburg kommen. Das war 2017. Und genau, dann war ich froh, dass es Hamburg geworden ist, weil ich auch gesagt habe, also aus Berlin weg ist Hamburg die einzige Stadt. Damals kannte ich es ja auch noch nicht so intensiv, aber es ist die einzige Stadt, wo ich mir wirklich vorstellen kann, auch zu leben. Und insofern war ich sehr glücklich darüber, dass es dann auch Hamburg geworden ist, wo unser Stützpunkt dann sein sollte. Jetzt wohnst du aber immer noch nah an Berlin, weil du wohnst in Jenfeld, spielst aber ja für Eimsbüttel. Warum Jenfeld? Naja, im Endeffekt ist unser Stützpunkt ja auch in Duelsberg, also insofern schon östlich gelegen. Ich habe auch anfangs dort direkt zwei Straßen weiter gewohnt, in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Und ja, seitdem ich dann meine Freundin hatte und dann jetzt Verlobte, haben wir dann uns nach größeren Wohnungen umgeschaut und dann in Jenfeld, in dieser einen Neubausiedlung dort, das war ehemaliges Kasernengelände, da haben sie jetzt einige Neubauten gebaut, sind verfündig geworden und haben gesagt, ach, das können wir uns vorstellen, eine größere Wohnung, schön im Neubau. Also insofern war es jetzt gar nicht gezielt Jenfeld, sondern einfach eine schöne Wohnung. Das heißt, du pendelst zwischen Duelsberg und Jenfeld und wie häufig bist du dann wirklich im Kern von Hamburg? Also auf dem Kiez, in der Schanze, in Eppendorf zum Shoppen, wie auch immer. Ja, leider sehr selten, zumal wir auch sehr selten nur in Hamburg sind, wenn man grob guckt. Und wir sind, glaube ich, mindestens die Hälfte des Jahres gar nicht zu Hause, weil wir entweder auf Trainingslager oder Turnieren oder irgendwelchen anderen Veranstaltungen auf der Welt am Reisen sind. Und wenn ich dann in Hamburg bin, zu der Zeit, dann wird eben häufig trainiert und dann pendle ich eben leider häufig nur zwischen Jenfeld und Duelsberg. Wenn man so viel unterwegs ist und ihr seid ja immer an Orten, wo es einfach toll ist, weil bei Regen, Beachvolleyball spielen, macht ja auch wenig Sinn. Wie groß ist dein Drang denn überhaupt in den Urlaub zu fahren? Ja, gar nicht so groß, ehrlicherweise. Ja, Beachvolleyball im Regen macht nicht so viel Spaß, gehört aber auch dazu. Aber ja, ich bin ganz froh, wenn ich dann auch mal hier zu Hause bin, mit dem Hund ein bisschen spazieren gehen kann. Genau, also insofern, so weit wegfliegen brauche ich gar nicht. Was wir auch gerne machen ist, irgendeinen Camper zu mieten vielleicht und dann in die Ostsee zu fahren oder die nächsten Pläne vielleicht auch mal nach Dänemark oder Schweden. Das sind so eher die Reiseziele, die ich mir dann aussuchen würde. Kriegst du denn von den wunderschönen Orten, an denen du bist, auch was mit oder fährst du dann zum Beispiel nach Timmendorf am Wochenende nochmal, um es dir nochmal in Ruhe anzugucken, wenn die deutschen Meisterschaften da waren? Ja, Timmendorf ist ein Stück weit speziell, weil es ja wirklich sehr, sehr nah dran ist. Das heißt, wenn ich mein Wochenende frei habe, dann kann das schon mal sein, dass ich auch so nach Timmendorf fahre. Ansonsten eher weniger. Ansonsten bin ich das Wochenende zu Hause und entspannt da. Ja, also insofern. Ich weiß jetzt die Frage, was war nochmal der Kern der Frage? Der Kern der Frage ist halt, ob du dir die Orte, wo du spielst, überhaupt die Möglichkeit hast anzugucken, weil das erfährt man ja von vielen, die beruflich sehr viel unterwegs sind. Manchmal sehen die nur Kongresshotels oder Fußballstadien oder wie auch immer. Genau, das ist bei uns leider eben auch so. Teilweise reisen wir natürlich vorher schon an, weil wir den Jetlag aus den Knochen bekommen wollen. Und dann hat man vielleicht mal ein, zwei Tage mehr Zeit, wo man dann zwischen dem Training vielleicht mal irgendwo hinfahren kann, sich eine Sehenswürdigkeit des Landes oder der Stadt, also des Landes nicht, aber der Stadt, wo man ist, anzugucken. Aber tatsächlich ist das einer der Punkte, die ich sehr schade finde, dass man häufig wenig Zeit hat, sondern eher auch dann am Hotel ankommt und dann nur zwischen den Courts und dem Venue und dem Hotel pendelt und wenn es dann vorbei ist, auch wieder relativ schnell zum nächsten Turnier weiterreist. Du hast gerade das Wort Jetlag angesprochen. Wie ist denn das für dich mit Fliegen? Weil ich sage mal, die Sitzabstände werden immer kleiner, habe ich das Gefühl. Ich bin jetzt auch nicht ganz klein. Was ist denn so das beste Mittel überhaupt auch gegen Jetlag? Also nicht nur gegen enge Stühle, da musst du Business Class fliegen. Wahrscheinlich geht ja wahrscheinlich auch nicht jemand. Nein, das können wir uns nicht leisten. Wir reisen immer Economy und ich vertraue häufig darauf, also entweder, wenn es nicht zu teuer ist, buche ich mir einen Notausgangsplatz, aber die sind häufig eben auch exorbitant teuer und dementsprechend setze ich dann häufig auf die Kulanz der Flugbegleiter. Und ja, Tipp gegen Jetlag. Also ich habe da zum Glück gar nicht so große Probleme. Du schläfst auf den Flügen auch? Ich kann weder im Zug noch im Flieger schlafen. Das ist furchtbar. Ja, es ist teilweise dann auch eher ein Dösen und kein richtiges Schlafen. Aber ich versuche mir immer schon, die Uhr dann in die Zeitzone zu stellen, im Flug schon, wo ich dann bin und das so ein bisschen dementsprechend schon mal anzupassen. Also dann zu sagen, okay, jetzt ist gerade Mitternacht in Australien, da fliegen wir hin. Also versuche ich jetzt zu schlafen und wenn es dann Tag ist dort, versuche ich wach zu bleiben und gucke dann ein paar Filme oder so. Aber ja gut, im Endeffekt wenn man dann ankommt, haut es einen trotzdem meistens aus den Socken. Jetzt spielst du für Heimsbüttel. Was weißt denn du über Heimsbüttel? Also ich sage mal, wenn du trainierst in Dulsberg, dann hast du ja eigentlich gar nicht so richtig Bezug, außer vielleicht mal jetzt für eine Autogrammstunde in die Geschäftsstelle fahren, oder? Ja, tatsächlich eher weniger. Also wir sind genau für Autogrammstunden oder für Sportveranstaltungen da. Ich gucke auch gerne den Hallenvolleyballern mal zu. Die spielen ja dort auch in der Halle. Aber ansonsten mit der Stadt selbst, klar fährt man mal durch, war ich mal in der Kai-Fu-Lodge, aber ja, das ist natürlich irgendwo dann dadurch bedingt, dass wir eben sehr weit im Osten sind und Heimsbüttel eben im Westen. Da kommt man schon mal vorbei, aber ja klar, die Tiefen des Bezirks und die habe ich noch nicht ergründet, sage ich mal so. Wie sehr nimmst du denn Hamburg als Sportstadt wahr? Also zum einen, was das Angebot als Zuschauer ist, aber halt auch für dich als Sportler Förderungsmöglichkeiten, Trainingsmöglichkeiten und so weiter. Ja, also für uns sind die tatsächlich ideal im Beachvolleyball. Also wir haben einen zentralen Stützpunkt. Wir haben da kurz, also sehr, sehr viele Felder. In Dulsberg, da im Beach Hamburg. Wir haben den Olympiastützpunkt direkt dran und die Active City, auch mit Andi Grote, die sind ja sehr daran interessiert, auch Beachvolleyball-Events immer nach Hamburg zu holen. Also insofern sind wir da ein Stück weit sehr glücklich drüber und privilegiert. Ja, und ansonsten sehe ich auch häufig, wenn ich durch die Stadt laufe, immer Active City stände. Ich wurde auch eingeladen hier zum Radeln in der Europapassage. Genau, solche Events kriegt man natürlich immer mit. Auf dem Heiligen Geistfeld wurde vor kurzem auch für King of the Court einen Platz aufgeschüttet. Also insofern wird da schon für unsere Sportart einiges getan, um ein Stück weit Reichweite zu generieren. Und ja, für mich persönlich, genau, für unser leistungssportliches Umfeld ist auch mit dem Olympiastspitzpunkt und dem Beach Hamburg dran sehr, sehr viel Gutes gemacht worden und wird weitergemacht. Für welche Sportarten außer Hallenvolleyball interessierst du dich denn noch und holst du dir mal eine Eintrittskarte? Ja, also ich bin jetzt auch bei den Towers am Wochenende. Natürlich, ich werde auch geehrt. Ja, das ist nochmal ein positiver Beigeschmack. Aber ich war auch so vorher schon häufiger bei den Towers mal, genau, bei den Hallenvolleyballern. Dann war ich vereinzelt bei der ELF, hier bei den Sea Devils, mal beim Football. Ansonsten, was gucke ich sonst so? Wie gesagt, ich bin eben leider eben nicht so oft in Hamburg. Wenn ich es mal schaffe, dürfen wir zum Beispiel bei Edeka auch ab und zu bei St. Pauli mal ein Spiel gucken oder beim HSV auch. Früher war ich ja auch beim HSV im Verein. Genau, solche Sachen gucke ich mir gerne an. Oder so Marathons oder andere Wettkämpfe, die dann die Stadt absperren oder so. Da gucke ich mir auch gerne, stehe ich dann auch gerne am Rand und Feuer an. Das finde ich cool, ja. Wie sehr fühlst du dich denn jetzt schon als Hamburger? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, das habe ich jetzt schon angenommen irgendwie? Also du hast ja sofort Franzbrötchen gesagt und so weiter. Ja, ich weiß immer nicht, ob das anmaßend ist, wenn man sagt, man ist Hamburger, aber ich fühle mich einfach komplett schon sehr heimisch hier. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, nach der sportlichen Karriere, wenn ich nicht mehr gezwungen bin, hier zu trainieren, dass ich sehr, sehr glücklich hier werde. Und meine Verlobte kommt auch aus Hamburg, ist Hamburgerin. Und ja, ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Also dann hast du ja quasi in den Anker hier geworfen. Ich habe mich eingeheiratet. So, wir kommen jetzt mal zu den Fragen der anderen Leute. Wir haben hier zwei tolle Fragen. Wir hören jetzt mal rein. Lieber Nils Ehlers, hier ist Katharina Beck. Ich bin grüne Bundestagsabgeordnete aus Hamburg und bin also auch viel in Berlin und leider oft weg aus der wunderschönen Hansestadt. So wie du ja auch. Und ich würde gerne von dir wissen, was fehlt dir am meisten, wenn du nicht in Hamburg bist oder anders formuliert. Was musst du machen oder probieren, wenn du nach einer längeren Reise wieder zurückkommst ins schöne Hamburg? Wie zum Beispiel nach Paris eurer wunderbaren Silbermedaille, wo ich euch ja auch aus ganzem Herzen angefeuert habe. Was musst du dann machen, wenn du zurückkommst ins schöne Hamburg? Ja, vielen Dank, Katharina Beck, für die tolle Frage. Ja, was muss ich machen? Ich freue mich immer wahnsinnig auf zu Hause, auf meinen Hund, auf meine Verlobte. Was ist das für ein Hund? Ein Labrador. Ah. Jetzt ein Jahr, über ein Jahr. Da können Sie ja alle drauf einigen, irgendwie Labrador. Der ist super pflegeleicht, ja genau. Und hat total tolle Seele. Genau, mit dem Gassi gehen, wieder ankommen bei uns in der Gegend, ein bisschen rum, in meinen Kaffee, da gehen ins Thermoli, dann Kaffee trinken. Das ist so das, was mich dann wieder runterbringt, ja. Wir hören mal in die nächste Frage rein. Moin, hallo. Ich bin Malika Ramallah, die neue Weiterin vom Filmfest Hamburg und mich interessiert, was ist Ihr Lieblingssportfilm? Mein Lieblingssportfilm? Oh, da fällt mir direkt der perfekte Wurf von Nowitzki ein. Ich weiß gar nicht, warum der mir direkt im Sinn kommt, aber ja, Nowitzki, einfach, ja, einer, ich habe auch seine Biografie gelesen, die, ja, und einfach ein toller, eine tolle Geschichte, die dahinter steht, habe ich auch noch nie persönlich getroffen. Ja, du gehst ja zu den Towers und manchmal taucht er da ja völlig überraschend auf. Ja, wer weiß. Wer weiß, vielleicht trefft ihr euch tatsächlich mal. Gibt es denn Sportler, die auch so ein bisschen Vorbild für dich waren, wo du sagst, boah, die fand dich gut und die haben Ähnliches durchgemacht, wie auch immer? Ja, ich habe ehrlicherweise nie so ein riesiges Vorbild gehabt, sportlich, also genau, häufig Leute, die mich irgendwie fasziniert haben, wie jetzt Nowitzki zum Beispiel oder in unserem Sport auch einen Phil Dallhauser, das ist ein Amerikaner, der auch über Jahrzehnte alles dominiert hat, auch auf meiner Position als Blockspieler. Genau, aber ich würde nicht sagen, dass das so große Idole waren und ich versucht habe, den nachzueifern oder das genauso zu machen, sondern es war eher so eine Art Faszination, die ich für diese Personen dann entwickelt habe. Eine Kollegin zumindest ist Laura Ludwig, die ist ja auch von Berlin-Köpenick hier nach Hamburg übergesiedelt, hat dann Gold geholt im Beachvolleyball. Gab es da im Vorfeld oder im Nachgang irgendwie einen Austausch? Ja, wir sehen uns ja fast täglich am Olympiastützpunkt, also insofern arbeiten wir da nicht wirklich zusammen, weil sie natürlich, ja, mit ihrem Team arbeitet, nicht mit meinem, aber man läuft sich ständig über den Weg und genau, das ist auch eine der Personen, die natürlich, ja, sehr viel Inspiration für mich war und auch mit ihrer Art und Weise auch an schlechten Tagen einen einfach wieder motivieren konnte mit einem lockeren Spruch. Insofern, ja, bin ich da auch sehr froh drüber, dass ich sie da am Stützpunkt hatte und mir das so ein bisschen abgucken konnte, weil, ja, wir sind ja jetzt erst seit ein paar Jahren wirklich ganz oben. Genau, und die Jahre davor war ich auch schon in Hamburg als eine der Jüngeren oder als eine der Talentierteren und sie war eben schon diese, die große Legende und ist sie ja auch immer noch und jetzt, ja, ist sehr schade, aber sie hat ja ihre Karriere jetzt beendet und ich hoffe, sie bleibt dem Sport irgendwo erhalten. Jetzt bist du der Prominenteste in deiner Trainingshalle. Das ändert sich jetzt. Wir haben ja vorhin schon über deine Enttäuschung gesprochen in dem Moment der Niederlage. Fühlst du dich trotzdem jetzt perfekt und angekommen mit zwei Silbermedaillen oder ist das etwas, wo du das Gefühl hast, das wird dich einfach dein Leben lang ärgern? Ach nee, das auf keinen Fall, aber perfekt und angekommen bin ich auch nicht. Also ich bin schon noch heiß, weiter zu spielen und das größte, nächste Ziel sind die Olympischen Spiele dann in Los Angeles in vier Jahren. Das ist noch eine Menge Zeit bis dahin und dementsprechend, ja, habe ich noch einiges zu tun. Ich glaube, das ist auch diese Leistungssportler-Sichtweise, dieser Ehrgeiz, nie fertig zu sein, immer noch zu sehen, was man noch optimieren kann und da habe ich sehr, sehr große Lust drauf, das in Zukunft auch weiter zu tun. Wie hält man denn wohl die Spannung bis dahin? Vier Jahre ist echt ein langer Ritt. Also klar, gibt es fantastische Wettkämpfe, also alleine ja hier in Deutschland auch, hier in Hamburg oder in Timmendorfer Strand, aber wenn das das Maß aller Dinge ist, ist es ein langer Weg. Ja, man hat natürlich Zwischenziele. Wir haben nächstes Jahr zum Beispiel im November die Weltmeisterschaft in Brisbane, in Australien, was auch ein sehr, sehr schönes Reiseziel ist, wo ich noch nicht fahre, aber... Richtig langer Flug. Das ist ein richtig langer Flug und... Ich musste sehr hoffen, am Notausgang zu sitzen. Da werde ich für sorgen, ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Genau, und so hangelt man sich, glaube ich, von Etappe zu Etappe. Man setzt sich zwischen Ziele. Os Angeles ist für mich auch noch in weiter Ferne. Als Ziel, aber am Horizont ist das, glaube ich, eine sehr gute treibende Kraft. Und ich spüre vor allem jetzt nach Paris auch, dass dieses Ziel der Olympischen Spiele, was mich die letzten Jahre getragen hat und immer wieder motiviert hat, vielleicht ein Training mehr zu machen oder noch eine Wiederholung mehr, dass das jetzt weggefallen ist und man so ein Stück weit denkt so, oh, okay, ja, und was kommt jetzt eigentlich? Aber im nächsten Moment, wie gesagt, das nächste ferne Ziel am Horizont mit Los Angeles steht schon parat und die Zwischenziele, auf die freue ich mich auch sehr. Nach all der Freude musst du dir auch finanzielle Sorgen machen, diese vier Jahre zu überbrücken. Das hört man ja immer wieder, gerade von Sportlerinnen und Sportlern, die fast ausschließlich eine Präsenz bekommen durch die Olympischen Spiele. Wie sicher ist da denn jetzt eigentlich deine Existenz? Ja, da habe ich sehr großes Glück, dass ich einen der Sportförderplätze bekommen habe über die Bundeswehr und das sichert auf jeden Fall das Grundeinkommen ab. Ist natürlich immer so ein bisschen vage, weil man immer nur für ein Jahr verlängert wird. Das heißt, das ist ein Stück weit Risiko. Gehört aber im Leistungssport irgendwo dazu natürlich, weil wenn man keine Leistung mehr bringt, dann ist man eben auch raus. Es gibt natürlich dann auch nachaktive Förderung und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass man komplett fallen gelassen wird. Aber darüber ist meine Grundabsicherung da. Und jetzt hoffe ich natürlich auch, mit der Silbelmedaille ein, zwei Sponsoren mehr anzusprechen. Und wir haben ja auch große Sponsoren aktuell schon. Da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass die uns unterstützen. Und ja, insofern muss ich mir finanziell für die vier Jahre keine Sorgen machen. Du hast ja vorhin schon angesprochen, du hast mit Tennis angefangen, hast zwischendurch Basketball gespielt, gerade wenn man bei Basketball auf die Summen guckt, die Dennis Schröder da verhandelt. Wie oft kommt so der Moment, dass du sagst, ich habe die gleiche Anstrengung, ich habe den gleichen Trainingsstress. Warum kann ich nicht hunderttausend Euro mehr kriegen? Ja, ich habe oft, wenn ich dann NBA gucke oder dann auch jetzt die Basketballer bei Olympischen Spielen, sind wir bei der Eröffnungsfeier auf einem Schiff gewesen und so. Dann denkt man schon manchmal so, hätte ich das auch geschafft, weil die Körpergröße, die bringe ich ja mit. Und ja, ich denke dann im nächsten Moment auch, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich mich für Volleyball entschieden habe, weil das ist das, ja, für das mein Herz schlägt und was mir immer viel mehr Freude bereitet hat. Ja, und im Endeffekt ist es Spekulation, ob ich es hier in die NBA geschafft hätte. Da spielen auch so viele Glücksfaktoren eine Rolle, eine Verletzung oder auch Gunst von Managern und so weiter. Also insofern, ja, nehme ich Abstand von den Spekulationen und bin sehr, sehr happy damit, was ich habe. Also ich sage mal so, Idina Müller hat es ja geschafft, bei den Paralympics in zwei unterschiedlichen Sportarten Medaillen zu holen. Vielleicht würde dir das ja auch gelingen. Eine späte Karriere im Basketball. Ich will Basketball nicht zu nahe treten, aber ich glaube, das ist, beziehungsweise, nee, es ist einfach brutal schwer. Ich glaube, allein im Beachvolleyball auf dem Level zu performen und mal eben in die NBA ist eben auch nicht so ohne weiteres möglich. Also von daher, nee, genau, es ist schon brutal schwer und ich glaube, das ist bei uns in dem Fall leider nicht möglich. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass du kaum Idole hattest. Es wird ja immer über diese besondere Atmosphäre im Dorf gesprochen, im Olympischen Dorf. Hast du denn da mal jemanden getroffen, wo du gesagt hast, oh, den kenne ich nur aus dem Fernsehen? Also vielleicht ein US-Basketballer oder eine Turnerin oder wie auch immer? Ja, also nach der Eröffnungsfeier zum Beispiel waren wir mit Zverev dann Abendessen. Das war ganz witzig. Also insofern, ja, ist das einer der großen Namen und einer, wo ich sage, okay, das ist eine Besonderheit bei Olympischen Spielen. Aber die ganz großen amerikanischen, das Dreamteam und so, da hofft man natürlich immer drauf oder eine Simon Biles, dass man... Die wohnen in Wahrheit dann doch im Hotel, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, ja, ich glaube, das Dreamteam hat sich auch ein Stück weit abgeschottet, weil ich habe auch Geschichten gehört irgendwie von den letzten Spielen noch, wo der Nadal durch den Essenssaal gelaufen ist und eigentlich keinen Meter gehen konnte, weil alle Sportler eben auch ein Foto mit ihm wollten. Und das ist natürlich dann für die Sportler auch irgendwo ein Stück weit belastend. Und ich glaube, im Endeffekt spielen sie auch oder sind sie auch im Wettkampf und wollen Top-Leistung bringen. Und dann kann ich schon verstehen, wenn man sich dann in ein Hotel zurückziehen möchte. Was hat sich für dich denn verändert? Ich nehme an, Popularität wahrscheinlich jetzt nicht so sehr, dass du nicht mehr durch Jentfeld gehen kannst. Ich hoffe es zumindest für dich. Aber durch die Silbermedaille. Gibt es jetzt so Sachen, wo du sagst, da wäre ich so nicht hingekommen. Also klar, Einladung zu den Towers, aber das kriegt man ja auch anders noch hin. Ja, wir waren noch, genau, beim Bild Sport Award zum Beispiel eingeladen. Das glaube ich ist auch speziell. Aber ansonsten finde ich sehr schön, es passiert selten, aber vereinzelt wurde ich jetzt auch angesprochen und nach einem Foto gefragt, weil häufig ist dann so die erste Frage, waren Sie nicht bei den Olympischen Spielen? Sie waren doch der Beachbody-Banner. Glückwunsch zu sehen. Dass die Leute dich so angezogen überhaupt wiedererkennen und nicht nur ein knappes Hemd an. Ich glaube häufig ist der erste Impuls oder der erste Eindruck, oh, der ist aber groß und dann der zweite, oh, das Gesicht kommt mir vielleicht doch bekannt vor. Ich glaube aber, oder das bringt es glaube ich mit sich, dass Beachbody-Banner jetzt nach den Spielen wieder ein bisschen unpopulärer wird und dementsprechend es auch ein bisschen in Vergessenheit gerät. Das gehört leider einfach dazu. Nicht wegen meiner Popularität, sondern einfach für den Sport. Aber genau, ich bin dankbar für jeden, der mich anspricht. Jeden, den ich da vielleicht eine kleine Freude machen kann oder auch dann kurz in den Dialog gehe, ein, zwei Fragen beantworte. Also insofern, jeder, der mich vielleicht irgendwo sieht, immer gerne ansprechen. Ich habe da überhaupt kein Problem. Diese Sätze wirst du noch bereuen. Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ist die Silbermedaille Traum genug oder hast du dir, es gibt ja dann doch nochmal eine extra Ausschüttung. Hast du dir irgendwas erfüllt? Hat der Labrador ein goldenes Halsband bekommen? Oder Silberliss, ja. Oder Silberliss, genau. Nein, Quatsch. Nee, erst mal habe ich mir gar nichts erfüllt. Natürlich die Hochzeit jetzt. Im Oktober steht die an, also gar nicht mehr so lange. Die frisst einiges an Geld, aber das ist sehr gut investiert und da freue ich mich drauf. Und ansonsten, ja, vielleicht in ferner Zukunft irgendwann mal. Mal sehen. Hat sie die Gästeliste für die Hochzeit jetzt auf einmal verändert? Also wird die eher größer oder kleiner? Mit wie vielen Leuten feierst du? Ja, wir feiern mit so grob 60 Leuten. Also mittelgroß, würde ich sagen. Und die ist konstant gleich geblieben. Also von Beginn der Planung, ja, bis jetzt. Wir hatten einmal eine Liste gemacht und grob Einladung verschickt. Wer kann alles und so. Aber insofern, ja, hat sich da nichts verändert. Also, genau. Ja, ich sage mal, Hochzeitsfeierlichkeiten fallen ja vor allen Dingen durch Alkoholkonsum auf. Wie ist denn so eine Sportlerhochzeit? Hochzeit irgendwie. Macht ihr dann die ganze Zeit irgendwie Zehnkampf und irgendwelche anderen Übungen? Es gibt eine Tischtennisplatte und dann wird ausgespielt. Nein, Quatsch. Ich glaube, und die Hochzeit liegt ja jetzt auch ein Stück weit in der Offseason, auch für viele meiner Beachvolleyball-Kollegen, die jetzt vielleicht, ja, noch Saison haben oder so. Aber für das eine Wochenende, da wird ordentlich gefeiert. Und dann hier in Hamburg? Genau, ja, Bad Oldesloe, so ein bisschen nördlich, genau. Da ist ein kleiner Gutshof, den haben wir, da die Location gemietet. Also insofern, ja. Großartig. Fast Hamburg. Das heißt, du toppst ja die Silbermedaille im Grunde durch ein anderes schönes Ereignis dann in diesem Jahr, ne? Genau, meine Verlobte sagte dann auch, dass dieses Jahr noch einmal Gold auch ansteht. Also insofern, genau, zweimal Silber gewonnen bei den Olympischen Spielen und bei der EM. Wenn du sagst, du hast dich geärgert über die Silbermedaille, also in dem Moment natürlich, wie war denn das Gefühl dann bei der Europameisterschaft bei dem verlorenen Finale? War das dann noch schlimmer? War man gedacht, oh, ich depp schon wieder? Ja, der Gedanke auf jeden Fall. Also genau, aber es war insofern nicht schlimmer, weil die Olympischen Spiele vom Event natürlich deutlich größer und schwerer wiegen. Aber genau der Gedanke schon wieder im Finale und schon wieder nicht abliefern können. Vor allem bei der EM war es speziell, da haben wir im dritten Satz dann ordentlich den Faden verloren. Aber auch da kann ich im Nachhinein draufblicken und sagen, okay, wir waren eins der wenigen Teams von den Top 4 oder genau das einzige sogar. Also die Schweden und die Norweger haben die Europameisterschaft abgesagt, weil sie gesagt haben, das wird ihnen zu viel, emotional und mental. Und wir haben gesagt, wir spielen sie uns. Insofern kann ich im Nachhinein draufblicken und sagen, okay, dann haben uns da vielleicht ein paar Körner gefehlt gegen die Letten. Wann war eigentlich der Moment, wo du gesagt hast, ich werde jetzt Profi? Oder wann hat sich das angedeutet vor allen Dingen? Ja, eigentlich mit dem Umzug nach Hamburg. Zu dem Zeitpunkt war ich nämlich auch eigentlich noch Vollzeitstudent und habe nebenbei Volleyball gespielt. Was hast du studiert? Rechtswissenschaften. Okay. Und hast du da irgendwelche Medaillen geholt? Nein, das wird glaube ich schwer. Erste Staatsexamen. Genau, das war der Moment damals, wo ich mich entscheiden musste. Ich war gerade im Repetitorium für das erste Staatsexamen, hatte alle meine Prüfungen von der Uni abgeschlossen, meinen Schwerpunkt. Und dann war die Entscheidung, gehe ich nach Hamburg und fokussiere mich auf den Sport oder beende ich erst mal mein Studium, mein erstes Staatsexamen und gucke dann weiter. Und damals habe ich dann das Risiko genommen und gesagt, ich fokussiere mich voll auf den Sport, ziehe nach Hamburg, komplett neues Umfeld. Und das war der Moment, wo ich auch gesagt habe, okay, ich gebe dem jetzt eine Chance, aber dann auch mit vollem Invest. Ich habe dann noch meinen Freiversuch alibimäßig im April geschrieben, obwohl ich dann ja schon in Hamburg gewohnt habe. War natürlich überhaupt nichts, aber es war auch von vornherein klar, dass das allein fürs Erlebnis wollte ich den Freiversuch mitnehmen, weil er ja sonst verfallen wäre. Genau. Und seitdem ist es sportlich eben Stück für Stück immer weiter nach oben gegangen. Es gab immer noch eine Perspektive, noch besser zu werden und die gibt es jetzt nach wie vor. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich jetzt über die, ja, über diese sieben Jahre das auch erleben durfte und auch weiter erleben darf. Und mein Staatsexamen ist nach wie vor eine offene Rechnung und das wartet noch auf mich nach meinem Karriereende. Da habe ich noch eine Rechnung offen. Das möchte ich auf jeden Fall noch irgendwie angehen, ob ich es dann wirklich schaffe. Das wird eine ordentliche Herausforderung, glaube ich, weil ich jetzt natürlich komplett raus bin. Aber ich habe schon vor, mich da nochmal reinzuknien und das abzuschließen. Das heißt, ich wollte tatsächlich mit dir über die Zukunft sprechen. Da machst du dir jetzt schon Gedanken drüber und es ist auch völlig klar, dass du in Richtung Jura gehen möchtest. Also Anwalt, Staatsanwalt, Richter, was auch immer, oder? Ne, das würde ich eher sagen, ist noch nicht klar. Aber du willst diese Prüfung machen? Ich will diese Prüfung als Abschluss haben, genau, auch als persönliches, ja, irgendwie, genau, als persönlicher Ansporn, auch das dann abschließen zu können, nachdem ich es natürlich ein Stück weit auf die lange Bank geschoben habe. Ich habe jetzt letztens auch nochmal geguckt. Ich bin jetzt im 25. Semester, also insofern ein ordentlicher Langzeitstudent, aber ohne schlechtes Gewissen, weil ich weiß, ich habe nicht getrödelt, sondern habe die Zeit intensiv und konstruktiv genutzt. Hast du denn irgendwann mal typisches Studentenleben kennengelernt, sozusagen mit allem, was dazugehört, unaufgeräumte WG und so? Weil als Sportler ist man ja wahnsinnig gut organisiert, diszipliniert, Alkohol wird sowieso nicht getrunken. Gab es da trotzdem mal Momente, wo du sagst, ja, das ist Studentenleben? Ja, ich würde sagen, genau die Zeit davor. Also ich meine, ich habe nach dem Abi direkt angefangen mit dem Jurastudium und da war, mein Hauptfokus war das Studium. Also insofern war ich Vollzeitstudent und habe nebenbei im Verein klar dann in der dritten Liga Volleyball gespielt und im Sommer dann ein bisschen an der Ostseeküste. Aber das war alles Freizeitbeschäftigung und insofern hatte ich da ein paar Jahre auch als normaler Student mit dem normalen Studentenleben erleben dürfen, ja. Und da bin ich auch dankbar für, dass ich das irgendwie so machen konnte und dann ja auch irgendwie erst später in den Leistungssport gekommen bin, was sicherlich auch ein sehr spezieller Weg ist, weil viele das eben so als Quereinsteiger, sage ich oft, aber ja, dann nicht schaffen oder nicht, ja, denen das nicht ermöglicht wird. Du hast alle Erfolge in diesem Jahr mit Clemens Wickler gefeiert, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, denn ihr habt das ja zu zweit gemacht. Ist der der Mann deines Lebens sozusagen? Das klingt ja fast als Kandidat für eine Hochzeite. Nö, das haben wir ja geklärt. Das ist geklärt. Das ist schon vergeben. Ja, natürlich ist er ein herausragender Beachvolleyballer und jetzt vor drei Jahren hat er mich gefragt, weil Julius Tole damals aufgehört hatte und mit dem Moment, ja, habe ich mich sehr gefreut, weil er mit Sicherheit damals weiter war, spielerisch und auch in der Welt rangnäßter als ich und das war für mich die nächste Chance, die ich bekommen habe und ja, über die drei Jahre habe ich jetzt versucht, ja, aufzuschließen und ja, insofern bin ich da sehr dankbar für die Chance und die Möglichkeit, die er mir damals gegeben hat und ich bin auch stolz darauf, was wir jetzt gemeinsam erreicht haben, weil auch er ist weiter besser geworden, auch durch unseren Trainer Thomas Kaczmarek, der seitdem uns betreut, haben wir einfach nochmal eine ordentliche Schüppel draufpacken können und ich glaube, vor drei Jahren hätte uns niemand so weit oben in der Weltrangliste gesehen, tatsächlich, ja. Hast du denn die vermeintlichen Niederlagen in den Finals dieses Jahr eher mit dir alleine ausgemacht oder gibt es dann auch mal Streitereien und gesagt, was hast du denn da gemacht oder wie auch immer, knirscht es dann mal? Nein, in solchen Situationen nicht, da ist jeder für sich und sehr enttäuscht, genau, aber ja, es gibt sicherlich auch mal Situationen, wo man sich mal ein bisschen, ja, weniger gern hat, sage ich mal, aber was uns da auszeichnet ist, dass wir da sehr offen sind, solche Themen immer direkt ansprechen und dann, ja, wenn nötig auch im Team gemeinsam besprechen, also, und das kommt sehr, sehr selten vor, ehrlicherweise, ja, also insofern, ja, sind wir da ein sehr, sehr gutes Team und verstehen uns auch abseits des Sports sehr gut, also zum Beispiel war er bei meinem Junggesellenabschied jetzt auch dabei. Selbstverständlich und ist auch bei der Hochzeit, ist aber nicht dein Trauzeuger. Nee, genau, das nicht, aber er ist auf jeden Fall dabei, ja. Was macht denn ein gutes Team aus in dem Moment, wo es vielleicht dann nicht auf dem Sportfeld irgendwie zugeht, also, dass ihr beide Spitzensportler seid, dass ihr euer Fach beherrscht, ist ja klar, aber was gehört noch dazu? Ja, ich glaube, zum einen braucht man ein gemeinsames Ziel, wir haben uns damals schon ein sehr hohes Ziel gesteckt, mit einer Medaille bei Olympischen Spielen, damals haben uns vielleicht viele auch belächelt dafür, aber genau das als Ziel und dann, ja, dieser ehrliche Umgang, auch unser Trainer hat uns häufig eben auch daran erinnert und dann auf die Finger gehauen oder gesagt, hier immer wieder eingenordet, wenn wir das erreichen wollen, das sehr, sehr hohe Ziel, dann müssen wir in allen Lebensbereichen 100 Prozent gehen und das verlangt man sowohl von sich als auch von allen anderen im Team und wenn man spürt, dass da alle hinterstehen und das wirklich auch ernsthaft angehen, also, wie gesagt, auch in allen Lebensbereichen, was häufig eben auch sehr, sehr hart ist, weil das auch das Privatleben natürlich betrifft und man damit unter auch Einschränkungen dann, ja, was heißt im Kauf nimmt, man macht es ja gerne. Was ist denn die größte Versuchung für dich? Also, sind es Süßigkeiten, ist es vielleicht doch mal ein Schnaps, ist es vielleicht doch zu wenig Schlaf, weil man irgendeine Serie binget oder was auch immer? Ja, also, die größte Herausforderung oder die größte Versuchung, ja, ist jetzt nicht so, dass ich in die Fettleibigkeit abrutsche, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, mal was Süßes zu essen oder was man gern hat und da so ein Stück weit, ja, auch ohne sich Gedanken zu machen, zu essen, worauf man Lust hat. Ich glaube, das ist so ein Stück weit mein Schwachpunkt gewesen über lange Zeit, also insofern, aber ich würde jetzt auch nicht von Schwachstelle sprechen, weil es ist jetzt nicht so, dass mir das wahnsinnig schwerfällt, gerade wenn ich das Ziel vor Augen habe und jetzt auch weiß, was wir leisten können und wo es noch hingehen kann, dann motiviert mich das so stark, dass das, ja, diese Versuchung egalisiert. Millionen Leute beneiden dich dafür, was du erlebst und wie gut du in deinem Sport bist. Was fehlt dir denn so ein bisschen gegenüber deinen normalen Kumpels, die von Montag bis Freitag irgendwo im Büro sitzen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, das hätte ich eigentlich auch gerne, irgendwie verpasse ich das gerade? Ja, häufig ist ja so dieser Gedanke, man will das, was man nicht hat. Ich erlebe das häufig auf dem Weg zu den Spielen, dass ich dann irgendwie aus dem Bus rausgucke oder aus dem, weiß nicht, auf dem Weg dahin und denke so, ach, so ein geregeltes Leben ohne Aufregung, ohne diese Nervosität und Anspannung, die man vor dem Spiel fühlt, weil die häufig auch sehr unangenehm für mich ist, bei den Olympischen Spielen speziell nochmal ganz mit Bauchschmerzen und Übelkeit, einfach vor Anspannung. Das sind so die Schattenseiten, sag ich mal, wo man sich dann gerne wünscht, man hätte vielleicht so einen Bürojob, aber natürlich dann nach dem Spiel mit der Freude und der Euphorie oder auch mal eine Niederlage. Ich meine, daraus lernt man dann auch und das motiviert dann wieder neu. Ich glaube, das sind Erfahrungen, die das dann auf jeden Fall wieder aufwiegen. Aber, ja gut, der größte Punkt ist natürlich Zeit für Familie und Freunde haben. Ich glaube, da verzichte ich am meisten. Allein, ja, viele meiner Freunde noch in Berlin habe ich jetzt seit Jahren nicht gesehen. Auch meine Familie sehe ich meistens nur zu Weihnachten, auch nur für ein paar Tage und auch zu Weihnachten gehe ich natürlich in den Kraftraum, also es ist, weil es mitten in der Vorbereitung liegt, also es ist, das sind so, glaube ich, die Punkte, wo ich sage, boah, vielleicht mal zwischen den Jahren auch zu Hause in Berlin bleiben und Weihnachten und Silvester mit der Familie feiern oder auch mal, genau, sich mit Freunden treffen. Teilt ihr das dann auf, wie viele Familien im Grunde, also ein Tag Hamburg und ein Tag Berlin und überall Gänsebraten oder wie? Das ist bei mir wirklich speziell, weil meine Eltern auch geschieden sind. Das heißt, ja, häufig waren wir in der Vergangenheit, inzwischen machen wir es anders, aber für die Familie mein mütterlicherseits in Flensburg, für die Familie väterlicherseits in Berlin und genau und dann hatte ich jetzt noch meine Freundin inzwischen Verlobte, die in Hamburg war, also insofern drei Orte. Aber bist ja schön in der Mitte, ist doch gut. Ja, und dann fällt man mal alles ab, also dann heißt es Heiligabend hier, erster Weihnachtsfeiertag da, zweiter dort und alles irgendwie noch mit Training und am 27. ist dann schon wieder Training in Hamburg, also insofern war das teilweise sehr eng, aber ja, das ist alles machbar und inzwischen, wie gesagt, habe ich das ein bisschen entspannter geregelt alles, ja. Wir kommen zu unserer Rubrik Wissenswertes. Im Lied Hamburg meine Perle singt Lotto King Karl 13 Mal den Namen Hamburg. Wie abergläubisch bist du? Okay, den Zusammenhang habe ich jetzt nicht verstanden. Also 13 ist ja eine Zahl, die häufig als Unglück gewertet wird. Ach so, ja, ja. Und der Zusammenhang ist der, dass es jetzt um deinen Aberglaube geht. Also hast du zwei Wochen lang die gleichen Socken angehabt? Nee. Bei den Olympischen Spielen? Auf keinen Fall, aber man erwischt sich dann in diesen Phasen, vor Turnieren, häufig dabei, dass man sagt, oh, jetzt letztes Mal bin ich da lang gelaufen und wir haben gewonnen, also gehe ich wieder da lang oder ziehe ich die gleiche Hose nochmal an, aber im nächsten Moment, ich bin nicht abergläubisch, insofern sage ich mir dann auch, es spielt überhaupt keine Rolle und ich verzichte dann auch drauf, das Gleiche nochmal anzuziehen, ja. Unter allen Bundesländern in Deutschland hat Hamburg die jüngste Bevölkerung. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Hansestadt sind im Schnitt 42,3 Jahre alt. Welches Alter würdest du gerne nochmal erleben? Oh, nochmal erleben heißt auf jeden Fall ja was Jüngeres. Ja. Ich bin mit meinem jetzigen Alter sehr, sehr zufrieden, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, dann wahrscheinlich so um die 20 rum nochmal. Was war da so besonders? Ja, ja, dieses, das war ja die Zeit, wo ich Student war. Ja, Sturm und Drang quasi, genau, das ist so die Zeit, die auch sehr, sehr schön war, ja. Die Elbe ist insgesamt 1094 Kilometer lang, davon verlaufen 727 Kilometer durch Deutschland und 56 Kilometer durch Hamburg. Was war deine bisher längste Reise? Also nächstes Jahr ist es Brisbane gewesen dann? Genau, also wir waren schon mal vor vier Jahren in Adelaide und dann in Sydney auch. Das haben wir in einem Rutsch abgehakt. Das war mit Sicherheit die längste Reise dort. Wenn man zeitlich nimmt, dann hatten wir auch mal eine Session, wo wir von Doha nach Brasilien, dann nach Mexiko und das Ganze über vier Wochen am Stück. Also vier Wochen nicht zu Hause, würde ich auch sagen, ist auch eine sehr, sehr lange Reise, ja. Was machst du denn die ganze Zeit auf den Reisen im Flieger? Hörst du Podcasts? Liest du Bücher? Was sind so deine Entspannungskriterien? Ja, genau. Also entweder habe ich mein E-Book dabei, lese da ein bisschen was, wenn ich nicht zu müde bin. Was ist es dann? Wieder Sportbücher? Oder? Nö, was habe ich jetzt zuletzt? Habe ich viel Fantasy-Romane gelesen. So was, so Unterhaltung halt. Nichts ist nichts. Leichte Unterhaltung, sage ich mal. Ansonsten gucke ich Serien, was so gerade im Flieger so angeboten wird oder Filme. Was hatte ich denn da jetzt zuletzt gefesselt? Oh, wir haben jetzt tatsächlich gestern durchgeguckt Game of Thrones. Oh, da bist du ja recht schnell gewesen. Ja, genau. Ich glaube, eine Serie, die es noch auf VHS-Videokassetten gibt eigentlich. Okay. Genau, ja, wir haben es irgendwie, weiß ich nicht, lange nicht geguckt und jetzt kam ja House of Dragon raus. Ich glaube, dadurch kam bei mir der Impuls zu sagen, okay, ich habe es noch nie gesehen, komm, es soll so gut sein. Also gucke ich es mir auch mal an und das war tatsächlich sehr, sehr gut, ja. Ich sage, normale Menschen machen zum Ausgleich und zum entspannen Sport. Was machst du denn? Ja, wie ich schon anfangs erwähnte, mit dem Hund rausgehen, vielleicht ein paar Körbe werfen, Basketball ohne Gegner, ein bisschen Musik hören. Ja, sowas halt, Spaziergänge. Hörst du spezielle Musik, bevor du dann mal wegen in Paris ins Stadion gehst, sowas zum Aufpushen oder? Tatsächlich macht Clemens häufig die Playlist und wenn wir vorspielen, spielt er teilweise gerne Mein Hamburg lieb ich sehr an von Abschlag. Das ist immer ganz witzig, weil das so ein Stück weit einen an zu Hause erinnert und wenn wir irgendwo in der Welt rumreisen. Aber da sind auch noch andere Songs mit dabei und das macht gut Stimmung und das gehört irgendwie dazu. Aber ansonsten habe ich keine spezielle Playlist. Je nachdem, wie meine Stimmung gerade ist, gucke ich bei Spotify. Nach der gebe ich da die Stimmung ein und dann kommt da immer irgendwas. Schaffst du es auch mal, auf Konzerte zu gehen? Ja, leider nicht so wirklich, nee. Aber ich bin auch nicht der Konzertgänger. Stehst du auch jedem im Weg immer, ne? Das ist das Problem. Das ist mir häufig unangenehm. Dann steht man da und irgendwie tanzt man und hinter einem sehen die Leute immer nichts und alle quatschen einen an. Ja, so Großveranstaltungen oder wo man so eng, dicht gedrängt steht, das gefällt mir eigentlich selten. Also ich mag das lieber dann ein bisschen entspannter. Nils, wir sind schon am Ende. Das ging ja schneller vorbei als ein olympisches Finale im Beachvolleyball. Jetzt habe ich noch zwei Fragen, die muss jeder beantworten, auch du. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Ja, in fünf Jahren dann in der Bibliothek beim Lernen fürs Staatsexamen vielleicht. Mit Goldmedaille um den Hals. Ja, hoffentlich. Ist das das ausgesprochene Ziel jetzt schon, weil es gar nicht anders geht? Ja, also wegen der Bronzemedaille will man da ja jetzt nicht noch vier Jahre abwarten, oder? Ich glaube, natürlich das große Ziel ist jetzt, eine Goldmedaille zu holen. Aber ich glaube, was viel schöner ist, ist der Weg dorthin. Also immer weiter am Leistungsmaximum zu arbeiten und was dann am Ende bei rauskommt, ist egal. Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren? Ja, in fünf Jahren weiß ich hoffentlich, dass wir die Olympischen Spiele 2040 mit Berlin zusammen ausrichten. Das würde mich sehr freuen. Ja, und ansonsten weiß ich gar nicht, wo sehe ich Hamburg bis dahin? Ich hoffe weiterhin als die schöne Stadt, die sie bisher ist. Sehr schön. Nils Ehlers, Silbermedaillengewinner und das hat uns alle wahnsinnig stolz gemacht und dich hoffentlich irgendwann auch. Mein Lieber, vielen Dank für diese eine Stunde, Nils Ehlers. Herzlichen Dank und Ahoi. Vielen, vielen Dank. Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer. Von der Gute-Leude-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeitverlag. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Jeden zweiten Montag neu.